Hallo Kinder, schön, dass ihr wieder nach der Osterpause bei uns dabei seid zur Kiststunde. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern und wir legen gleich los. Und zwar, wir beginnen mit einem Spiel zur Erwärmung, einem Musikstopp-Tanz. Wir rennen wieder durch die Wohnung, durchs Zimmer. Erstmal ganz normal, wenn die Musik aus ist, bleibt ihr stehen. Und ich halte eins der drei Bilder hoch. Und zwar, schaut mal hier, das erste Bild ist ein Regenbogen. Weil das Wetter im April macht ja, was es will. Jetzt schneit es draußen, die Sonne. Einmal ist der Regenbogen. Da machen wir also den Regenbogen, wie im April. Und zwar eine Brücke, genau. Patrick zeigt verschiedene Varianten der Brücke. Super, da dürft ihr selber entscheiden, welche Brücke ihr durchführt. Dann habe ich hier noch von einem Apfelbaum die Blüte. Weil die fangen jetzt an zu blühen. Beim Apfelbaum gehen wir in den Yoga-Baum. Der Patrick zeigt es mal. Und wir nehmen die Arme zur Seite. Genau. Beim Apfelblüte. Dann habe ich noch einen Schmetterling. Da flattern wir durch den Raum. Genau, wie ein Schmetterling fliegen wir. Das sind die ersten drei Bilder. Nachher kommen noch zwei weitere dazu. Wir haben heute laute Bilder passend zum Frühling ausgesucht. Und ich würde sagen, wir starten gleich. Ihr dürft schon mal loslaufen. Los geht's. Ganz locker durch den Raum laufen. Und die Musik ist aus. Schmetterling. Der Patrick macht's mit euch. Genau, wir flattern durch den Raum. Und es geht weiter. Wir können auch mal rückwärts laufen. Langsam oder auch schnell. Je nachdem, wie ihr es könnt. Und Regenbogen. Ihr dürft in die Brücke. Patrick nimmt sogar die schwere Variante. Gar nicht so einfach. Und weiter geht's. Wir laufen. Wir können mal hinten anfersen. Die Ferse Richtung Gesäß zieht. Auch langsam wie der Patrick. Oder auch etwas schneller. Und ich habe die Apfelbaumblüte. Ihr dürft raus suchen, auf welchem Bein ihr steht. Auf eurem guten oder auf eurem schlechten. Oder vielleicht sind beide Beine gleich gut. Und wir halten. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und es geht weiter. Wir laufen durch den Raum. Genau. Der Patrick macht's schon vor. Wir nehmen die Knie vorne mit nach oben. Und als nächstes haben wir den Regenbogen wieder. Wir gehen in die Brückenposition. Können vielleicht auch diesmal auch eine andere Variante ausprobieren. Schöner Regenbogen. Klasse. Und dass es nicht nur die drei Bilder gibt, nehmen wir noch zwei weitere dazu. Und zwar habe ich hier ein Murmeltier. Weil im April erwacht das Murmeltier vom Winterschlaf. Da reiben wir die Augen. Strecken. Und zwar nur so lang. Wie der Patrick es euch zeigt. Ihr könnt genau die Hüfte kreisen. Gut. Jetzt machen wir beide Murmeltier. Und dann haben wir noch hier Krokusse. Eine Blume. Und zwar der Krokus, der sprüht aus der Erde heraus und erwacht auch. Dann machen wir uns klein und hüpfen nach oben. Hüpfen oder steigen. Genau. Die Krokusse kommen aus der Erde heraus. Super. Dann würde ich sagen, wir laufen wieder weiter. Diesmal seitlich. Als nächstes habe ich den Krokus, die Blume also, die aus dem Boden sprießt. Patrick macht die Übung mit euch. Ja. Entweder im Sprung oder auch nur strecken. Wie ihr möchtet. Ich würde sagen, wir machen noch drei Blumen. Drei Krokusse. Eins. Zwei. Drei. Klasse. Und weiter geht's. Wir laufen weiter. Wir laufen mal ganz locker. Vielleicht könnt ihr auch mal etwas schneller laufen. Und wir haben das Murmelt hier, das erwacht vom Winterschlaf. Wir strecken uns. Wir erwachen. Wir müssen erst warm werden. Gut. Als nächstes haben wir ja gerade das Thema Frühling. Und im Frühling oder hauptsächlich im April macht das Wetter, was es will. Einmal scheint die Sonne, einmal regnet es, einmal schneit es, einmal ist es ganz kalt und einmal ganz warm. Und ich würde sagen, wir laufen auch passend zum Wetter. Wir wollen beginnen mit Sonnenschein. Schönes Wetter. Und zwar gehen wir auf Zehenspitzen, nehmen die Arme zur Seite, unsere Sonnenstrahlen und laufen mal so durch den Raum, durch die Wohnung. ganz schönes Wetter. Und zwar gehen wir auf Zehenspitzen, ganz schönes Wetter. hoffentlich wird es nicht bald schon wieder kalt oder sogar, dass es anfängt zu schneien. Und wir haben einen orangenen, schönen Schmetterling. Der Schmetterling flattert durch die Wohnung. Ja. So, der Schmetterling. Hey, Farbe hat in eurer Schmetterling vielleicht auch orange wie unserer. Als nächstes ist es uns ganz kalt und wir frieren. Wir reiben unsere Arme, laufen ganz schnell nach Hause. Weil es uns so kalt ist, wir müssen vor die Heizen. Die Sonne ist weg. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind bald daheim angekommen. Dann können wir eine warme Dusche nehmen und dann kommt auch schon der Regenbogen zum Vorschein. Der Regenbogen, eine Brücke. Schön, wir halten die Brücke. Noch fünf Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und weiter geht's. Hm, wie ist denn jetzt das Wetter? Jetzt hatten wir es einmal warm, warm, einmal kalt. Jetzt ist es vielleicht mal stürmisch. Dann nehmen wir die Arme zur Seite und holen durch den Raum. Wir kreisen uns. Der Sturm tobt. Ihr könnt auch mal drehen, nicht nur in die gleiche Richtung. Sonst wird es euch schwindelig. Ihr könnt es auch etwas langsamer machen, wenn der Sturm nachlässt. Ganz schön stark, der Sturm. Und als nächstes habe ich den Krokus, der aus der Erde sprüht. Ja. Das blüht schon ganz schön. Tolle lila Blumen. Noch dreimal. Eins, zwei, drei. Und geschafft. Ich glaube, als nächstes schneit es bei uns. Und die Schneeflocken, die sind ganz leicht. Wir machen mal große Sprünge. Wir sind Schneeflocken, die nach unten kommen. Wir fangen ganz langsam auf die Erde. Bald können wir schon einen Schneemann bauen. Und das im April. Oder eine Schneeballschlacht. Oder vielleicht geht ihr ja sogar Schlittenfahren. Aber draußen liegt noch nicht genug Schnee. Und wir haben den Apfelbaum. Der blüht. Die Blüte vom Apfelbaum. Wir gehen in den Yoga-Baum. Nehmen die Arme zur Seite. Und wir halten mal. Ihr könnt auch mal das Bein wechseln, dass ihr nicht immer auf dem gleichen steht. Genau. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und geschafft. Ich würde sagen, wir machen noch einen letzten Durchgang. Und zwar. Hast du eine Idee, was wir noch nicht hatten? Jetzt haben wir schon fast jedes Wetter einmal durch. Sonne. Und jetzt haben wir noch eine Idee, was wir noch nicht machen. Sonne, kalt, Sturm, Schnee, Regen hatten wir, glaube ich, noch nicht. Dann sind wir jetzt Regentropfen, die ganz schnell auf die Erde gehen. Genau. Wir machen mal auf dem Boden Regentropfen. Die Regentropfen, die auf dem Boden prasseln. Oder über die Pfütze hüpfen, wie der Patrick. Oder in die Pfütze rein. Das macht bestimmt auch ganz viel Spaß. Die Mama freut sich dann, wenn die Klamotten nass sind. Und als letztes haben wir nochmal das Murmeltier, das aus dem Winterschlaf kommt. Und sich streckt und reckt die Arme zur Seite. Die Hüften schwingt und die Arme ausstreckt. Gut. Ich denke, ihr habt bestimmt gut mitgemacht. Das war das erste Spiel. Ich glaube, ihr seid alle richtig warm. Als nächstes haben wir vorbereitet für euch eine Bewegungsgeschichte, passend zum Frühling. Und zwar geht es da um den Igel. Und der Igel, der erwacht aus dem Winterschlaf. Ich lese gleich die Bewegungsgeschichte vor. Und der Patrick macht mit euch zusammen die Bewegungen dazu. Genau. Ich hoffe, ihr freut euch schon. Es geht nämlich um den Igel, Igor. Am Anfang dürft ihr euch erstmal hinsetzen, weil der Igel, Igor, ist noch im Winterschlaf und der erwacht erst mit uns. Die schlafen genau. Ihr dürft euch auch mal klein machen wie der Patrick. Und dann beginnen wir. Igor, der kleine Igel, streckt sich. Ich darf sie mal strecken. Er gähnt. Uh, habe ich lang geschlafen. Es ist ja schon Frühling. Jetzt habe ich genug. Ich will hinausgehen. Ihr dürft euch mal strecken und recken. Ihr dürft auch gähnen. Und dann langsam aufwachen. Er schob ein paar der Blätter vor seinem Nest zur Seite. Steckte seine Nase durch die Öffnung und schnupperte. Ihr dürft mal die Blätter mit den Armen zur Seite schieben. Und dann durch die Öffnung mit der Nase schnuppern. Die frische Luft. Schön, die frische Luft. Wonach riecht es denn hier? Die Luft ist ganz frisch und es duftet so wunderbar. Was kann das denn sein? Jetzt weiß ich es. Es ist ein Krokus. Mal sehen, ob ich ihn finde. Da dürft ihr jetzt mal durch den Raum laufen. Und den Krokus, den wir vorhin auch schon hatten, suchen. Dürft mal durch die Wiese krabbeln. Oder auf allen Vieren gehen. Weil der Igel läuft ja auf allen Vieren. Genau, so wie der Patrick, ein großer Igel. Oder ihr geht mit den Knien auf den Boden. Dann ist ein kleiner Igel. Und sucht mal den Krokus. Und ich glaube, der Patrick hat schon den Krokus gefunden. Er hat sogar einen in der Hand. Und zwar unser Bild von vorhin. Vom Spiel. Der Krokus ist da. Schön. Der kleine Igel schnuppert noch einmal. Er riecht noch etwas ganz... Er riecht noch etwas ganz Tolles. Da ist noch eine Blume. Ich glaube, das ist ein Schneeklöckchen. Ihr dürft nochmal durch den Raum laufen und ein Schneeklöckchen suchen. Vielleicht finden wir auch die schönen weißen Schneeklöckchen. Vielleicht habt ihr sogar im Garten schon einen gesehen. Und ich glaube, der Igel Igor hier bei mir, der hat schon sein Schneeklöckchen gefunden. Und hat es schon in der Hand und riecht. Zwei Blumen gefunden. Schneeklöckchen und Krokus. Super. Igor lief weiter. Plötzlich summt etwas in seinem Ohr. Er dreht sich nach links. Ich dürfte euch mal drehen. Und er dreht sich nach rechts. Doch da war nichts. Dann schaute er nach oben. Und sah eine fleißige Biene durch die Luft flog. Ihr dürft mal zur Seite schauen. Nach oben, nach unten. Und schauen, wo es summt. Und da oben. Seht ihr? Da ist die Biene. Hallo, kleine Biene, rief der Igel. Wohin fliegst du denn? Ich komme mit dir. Igor lief der Biene mit kleinen Schritten hinterher. Er dürfte auf der Stelle gehen. Oder auf allen Vieren durch den Raum. Puh ist das warm, stöhnte Igor nach einer Weile. Er schaute zum Himmel und sah die Sonne, die auf die Erde schien. Ihr dürft mal den Schweiß von der Stirn nehmen, weil es so heiß ist. Einmal rechts und einmal links. Sich lang strecken und Sonnenstrahlen zur Seite. Jetzt sehen wir die Sonne, die warm scheint. Und dann schaut sich der kleine Igel Igor um. Er sah einen großen Baum mit wunderschönen Blüten. Vielleicht ist es der Apfelbaum, wo wir vorhin hatten. Und da dürft ihr jetzt wieder in den Yoga-Baum. Weil der Igor sah einen großen Baum. Und wir machen mal den Baum nach. Und nehmen die Arme wieder zur Seite. Er blüht. Schöner Baum. Vielleicht habt ihr auch keinen Apfelbaum. Vielleicht habt ihr einen Birnenbaum. Oder einen Aprikosenbaum. Aus dem Baum kam ein leises Geräusch. Igor war ganz still und hörte noch einmal hin. War das ein Zwitschern? Er schaute ganz genau. Ja, richtig. Da saß ein kleiner Vogel und zwitscherte. Wir nehmen mal die Hände ans Ohr. Und an die Stirn. Wir suchen den Vogel. Wir schauen mal nach rechts, nach links. Wir hören und lauschen. Ob wir den Vogel irgendwo hören. Plötzlich flattert wieder etwas um ihn herum. Wer bist denn du? Du siehst aber toll aus. Du hast wunderschöne, bunte Flügel. Ich bin ein Schmetterling, rief das Tier und flog davon. Wir flattern mal wieder Schmetterling und flattern durch den Raum. Vielleicht sind wir der tolle Schmetterling von vorhin von uns im Spiel. Der Orange, ne? Wir flattern so schnell wir können. Ganz wild umher. Der kleine Igel hörte einen Brummen. Doch woher kam das Geräusch? Er schaute an sich herunter. Schau mal nach unten. Das kommt ja aus meinem Bauch. Ich habe so lange geschlafen und nichts gegessen. Mein Bauch ist schon ganz dünn. Ich suche mir jetzt erst einmal etwas zu essen. Wir nehmen die Hand mal ans Ohr. Wir schauen mal auf den Boden. Was denn da so komische Geräusche macht. Und dann merken wir, dass unser Bauch knurrt. Wir reiben uns den Bauch. Und dann laufen wir mal nochmal durch den Raum und suchen was zu essen. Und dann hat der Igor, der Igel, was zu essen gefunden. Ist einen kleinen Happen, dass der Magen nicht mehr knurrt. Und dann haben wir jetzt unseren Igel begleitet beim Aufwachen vom Winterschlaf. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und jetzt ist der Igor satt und hat ganz viel gegessen. Dann würde ich sagen, wir spielen ein Spiel zusammen mit dem Igel Igor. Und zwar hat der Igel über den Winterschlaf gar nicht mehr so viele Stacheln. Irgendwie fehlen da ganz viele. Und jetzt haben wir Wäscheklammern. Ihr könnt auch was anderes nehmen. Ganz viele Wäscheklammern, die legen wir mal auf den Boden. Das dürft ihr auch mal daheim machen. Und jetzt ist die Aufgabe von uns, wir sind die Igel, die Stacheln einzusammeln. Wir legen mal ein bisschen verteilt. Wir können an zwei, drei verschiedenen Orten mal die Wäscheklammern und unsere Igelstacheln verteilen. Ich nehme auch noch welche. Und dann würde ich sagen, wir machen was für die Ausdauer, dass wir viel unterwegs sind. Wir sind jetzt ein Igel, aber auf zwei Beinen. Und zwar, wir laufen immer im Kreis. Und wenn wir zu einer Wäscheklammer kommen, zu einem Stacheln, klipsen wir an ein T-Shirt, an einen Pulli, an die Socken oder an die Hose. So, dass wir wieder Stacheln haben. Oder auch an die Haare. Okay, ich würde sagen, wir legen los. Ihr dürft mal im Kreis laufen. Und immer wenn ihr zu einer Stacheln kommt, euch irgendwo dran klipsen. Da könnt ihr auch den Rücken dran machen. Da haben die Igel auch werher, das stimmt. Vielleicht könnt ihr auch die Igelstachel in verschiedenen Zimmern verstecken. Wir haben ganz schön viele Stacheln. Vielleicht habt ihr auch schon so viele Stacheln wie ich. Oder sogar noch mehr. Sieht auf jeden Fall schön witzig aus. Ich schnapp mir noch hier den pinken Stachel. Unser Igel ist ganz schön bunt. Wir haben auch einen ganz tollen Igel. Vielleicht kann der Igel sogar seitlich laufen. Oh, du hast ganz schön viele hinten am Rücken. Da habe ich noch gar keinen Stacheln. Ich nehme da eine grüne. Oh, da ist mir noch ein Stacheln. Den nehme ich. Wir können auch mal noch rückwärts laufen. Und den roten Stacheln. Ich glaube, gleich haben wir es geschafft. Ich nehme gleich zwei. Gleich ist der Igel wieder glücklich, weil er hat alle seine Stacheln gefunden. Dann kann es wirklich losgehen. Er wacht, er ist satt und hat wieder seine Stacheln gefunden. Oh, und da sind gar keine Stacheln mehr da. Wir haben alle. Schaut mal, wie unser Igel aussieht. Okay, wir präsentieren euch mal unsere Stacheln. Sieht ganz schön witzig aus. Grün, orange, lila, pink. Hinten am Rücken haben wir auch welche. Gut. Jetzt habe ich noch eine Idee. Jetzt hast du so viele Stacheln und ich. Ihr könnt noch ein Spiel draus machen. Ein Fangspiel. Und zwar, wir rennen durch die Wohnung. Wenn ihr noch einen Spielpartner habt, wäre super. Und dann versucht ihr euch, die Stacheln vom anderen zu klauen. Aber nicht zu ziehen oder zu fangen, sondern versuchen wegzuklipsen. Okay? Wir probieren es mal aus. Und los geht's. Der Patrick läuft schon weg. Gar nicht so einfach. Ich habe einen gelben Stachel. Du darfst auch von mir einklauen. Ah, ich habe einen von dir. Und du hast einen von mir geklaut. Nur sowas. Aber verstecken zählt nicht. Oh, der Igel dreht sich. Da habe ich ja gar keine Chance. Ja. Na, rennst du weg? Du bist gar nicht mehr da. Und jeder darf noch einklauen. Dann haben wir es geschafft. Ich glaube, dann haben wir genug Stacheln beide. Und jeder hat einen Stacheln. Gut. Und hoffentlich habt ihr auch so viele Stacheln. Jetzt gehen unsere Igel, weil es sind Igelkinder. Und wir gehen auf den Igel-Spielplatz, würde ich sagen. Aber dass wir richtig spielen können. Das sind ja keine richtige Igel. Nehmen wir unsere Wäscheklammer und unsere Stacheln mal weg, dass wir besser toben können. Auf dem Igel-Spielplatz hilft sie mal alle abklipsen und vergesst ja keinen Stacheln. Sonst tut es nachher beim Spielen vielleicht weh. Habe ich noch welche? Gut. Dann kann es ja weitergehen. Und zwar, auf was wollen wir denn als erstes spielen? Und mal schauen. Auf dem Spielplatz hat es eine Schaukel, eine Wippe, eine Rutsche, so ein Drehkarussell gibt es manchmal noch. Genau. Ich glaube, da haben wir schon fast alles. In den Sandkasten kann man ja oft reinrutschen. Ja, wir können auch eine Birkbahn, stimmt. Da hat der Igelpatrick ja recht. Ich würde sagen, wir wippen mal als erstes. Und zwar dürft ihr euch mal gegenüber hinstellen, weil bei der Wippe ist ja gegenüber. Und in der Wippe ist ja immer eine oben und der andere unten. Deswegen gehen wir im Wechsel hoch. Und tief. 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 Immer im Wechsel. Macht immer das Gegenteil von eurem Nachbar. Äh, du musst hoch. Tief. 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 Genau, und die Wippe bewegt sich ja, deswegen kommen wir ins Schwanken, es wird schwieriger und wenn wir auf der einen Seite eingekommen sind, balancieren wir wieder zurück oder springen wie der Patrick von der Wippe nach unten. Oh, ich bin am Ende angekommen, ganz schön wackelig und Sprung nach unten, geschafft. Oh, ich bin von der Wippe gefallen, es hat so gewackelt, gut, also ich finde die Wippe hat Spaß gemacht, aber wollen wir nicht noch ein anderes Gerät ausprobieren? Der Patrick meinte, er möchte nochmal normal wippen, wir wippen nochmal, ohne zu balancieren, wir sitzen uns gegenüber hin und wir können das Ganze im Springen machen, ein schneller wippen. Das ist eine gute Idee, das ist echt gut. Noch dreimal. Zwei, drei. Das war toll. Ganz schön anstrengend, diese Wippe. Also die auf dem richtigen Spielplatz ist nicht so anstrengend, würde ich sagen. Wie wäre es, wenn der Igel jetzt schaukeln geht? Da setzen wir uns mal auf den Popo. Und beim Schaukeln schwingen wir immer vor und zurück. Und da gehen wir genau einmal zurück wie der Patrick und nach vorne. Wir schaukeln hin und her. Nehmen die Beine lang in die Luft nach oben. Und wir schaukeln noch dreimal. Dreimal nach hinten und wieder vor. Eins. Zwei. Und noch einmal. Drei. Super. Jetzt sind wir schon gewippt und geschaukelt. Als nächstes könnten wir rutschen. Wie könnten wir denn das machen? Patrick hat eine Idee, glaube ich. Auf dem Rücken. Rückwärts runterrutschen. Aber wow. Rückwärts sogar. Aber wir rutschen mal am Boden entlang. Mit den Füßen schubsen wir uns ab. Ich glaube, wir haben keine gerade Rutsche, sondern die macht geholfen. Oh, Patrick rutscht ganz schön schnell. Der überholt mich. Wir haben eine Rutsche nebeneinander. Oh, unten angekommen. Jetzt haben wir bestimmt noch mal ein Spielgerät. Was könnten wir denn noch spielen? Das Drehkarussell hatten wir noch nicht. Dazu stehen wir mal auf. Ohne dem Drehkarussell, das dreht sich ja ganz schnell, drehen wir uns. Weil wir nehmen mal die Arme zur Seite und drehen uns im Kreis. Einmal rechts rum und auch mal links rum. Und werden immer schneller. Und nochmal Richtungsänderung. Und wir halten mal an, bevor es uns ganz schummrig wird. Und wir laufen mal taumeln durch den Raum. Weil es wird ganz schön schnell gedreht. Wir können gar nicht mehr gerade laufen. Und drehen wir noch mal eine Runde. Noch eine Runde. Und Richtungsänderung. Und wir laufen. Wir halten an und laufen vom Spielgerät weg. Der Igel kommt ins Schwanken. Und wir können wieder gerade laufen. Puh, war das schnell. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Jetzt habe ich eine gute Idee. Wir könnten noch eine Sandburg bauen. Komm, wir setzen uns mal in den Sand. Und wir bauen eine ganz tolle Burg. So, ich tue mal Sand in den Eimer. Der Patrick hat eine Form. Was ist denn auf der Form drauf? Eine Blume. Nein. Eine Birkenform haben wir. Und ich habe mal Eimer. Und ich mache einen runden Turm. Nochmal. Und einen zweiten Turm. Sogar Fenster hat die Birken beim Patrick. Die sieht ja auch toll aus. Und noch einen dritten. Und jetzt baue ich zu den Türmen noch eine Mauer. Das kann ganz kreativ sein. Das ist euch überlassen, was ihr Schönes baut. Oh, einen Tunnel gibt es auch bei dir. Weißt du was? Jetzt habe ich so eine tolle Burg. Aber deine sieht auch echt super aus. Wollen wir die vielleicht verbinden? Weil dann haben wir zusammen eine ganz große. Dann können wir zusammen in der Burg spielen. Wir können mit einer Straße verbinden. Und hier ist der Eingang. Gut. Jetzt haben wir eine ganz große Anlage. Die gefällt mir. Jetzt haben wir so viel auf dem Spielplatz gespielt. Ich glaube, wir können noch einen kleinen Igel-Tanz zusammen durchführen. Stehen wir auf. Und wir spielen noch einen Igel-Tanz. Und zwar im Springen. Wir stellen uns mal nebeneinander hin. Wir haben auch schon mal so eine kleine Choreografie mit euch gemacht. Mit dem Sackhüpfen vor Ostern. Und ich denke, wir machen mit dem Igel sowas ähnliches. Und zwar würde ich mal sagen, wir springen einmal mit beiden Beinen nach links und einmal nach rechts. Das ist der erste Schritt. Und eins, zwei. Jetzt überlegen wir mal die Igel. Was könnten wir denn noch? Vielleicht vor und zurück. Das ist auch eine gute Idee. Der Patrick meinte, wir gehen wieder nach links, nach rechts. Und dann machen wir den Krokus von vorne. Da gehen wir klein. Machen wir uns klein. Und springen in der Mitte hoch. Gute Idee. Und hopp. Hopp. Und Krokus. Wir müssen klein landen. Ja, das stimmt. Das war ein Fehler. Komm, wir machen es nochmal. Einmal links. Rechts. Krokus. Gut. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Wir starten nachher bei der Krokus klein und springen nach oben und landen wieder tief. Dann könnten wir, der Igel springt nach rechts, nach links. Der Krokus springt nach oben. Wie wäre es noch mit einem Schmetterling? Der flattert im Kreis. Einmal links rum und einmal rechts rum. Sollen wir es alles gemeinsam machen? Okay, wir fangen an zu springen. Und hopp. Hopp. Und der Schmetterling. Gut. Jetzt haben wir ja schon ganz schön viele Schritte. Wir können den Igel nochmal hüpfen lassen, weil dem macht das Hüpfen so viel Spaß. Wir können danach noch vor- und zurückspringen. Sollen wir von vorne starten? Okay, ich hoffe, ihr seid auch noch mit dabei. Wir beginnen wieder. Eins, zwei und drei. Hopp. Hopp. Und Schmetterling flattert. Und der Igel springt vor und zurück. Gut. Ich würde sagen, wir können noch eine Übung dazu machen. Eine Übung. Am Schluss noch, die Schlusspose, dass wir einen schönen Abschluss haben. Den Baum. Welchen Baum nehmen wir denn? Einen Apfelbaum oder einen Birnenbaum? Dürft ihr euch selber raussuchen. Ich nehme einen Birnenbaum. Ich mag Birnen. Vielleicht nehmt ihr auch einen Kirschbaum. Schmeckt auch gut, die Kirsche und dann im Sommer. Gut. Wir starten. Und los. Boing. Boing. Und der Schmetterling flattert. Und der Igel springt vor, zurück. Und wir gehen in den Apfel, Birnen oder Kirschbaum. Gut. Das hat gut geklappt. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt zweimal ohne Pause. Zweimal hintereinander. Also wenn wir am Baum angekommen sind, halten wir kurz. Und dann geht es wieder weiter mit dem springenden Igel. Das schaffen wir zusammen. Und los geht's. Und der Schmetterling flattert. Und Igel vor, zurück. Und wir halten den Baum. Und der Igel hüpft wieder. Und wir flattern. Und in die andere Richtung. Und vor, zurück. Und wir gehen in unseren Baum. Spitze. Das hat viel Spaß gemacht, oder? Gut. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Unsere Frühlingsstunde. Und jetzt sind wir schon am Ende von unserer Stunde angekommen. Wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Wieder Mittwochs mit uns zwei. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. 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 Tschüss.